Ja, und wie vermutet, hier ist der Bachata Tanzkurs im Freien. Das ist Sevilla am Abend, Sevilla Weihnachten. Das ist es wert, ein kleines Video zu machen. Das ist Weihnachten in Sevilla. Auf der Straße, an der Straße, am Fluss. Bachata Tanzkurs. Und hier ist auch richtig was los. Ihr seht es ja, ich sehe hier kaum ein Plätzchen zum Durchblicken. Doch, hier. Es ist warm. Es ist 24 Grad. Und wir sind hier extra wegen dem Kurs. Nein, natürlich nicht. Zufällig erlebt. So, das war so eine kleine Show-Einlage hier in Sevilla. So, die zweite. So, die zweite. So, die zweite. So. So, die zweite. Ja, und mein letzt. So, die zweite. So, die zweite. So. Ja, das ist Sevilla, wie es singt und tanzt. Ja, das ist Sevilla. So, das war es jetzt für den Moment. Ich sage jetzt, hasta luego.